So, jetzt tun wir mal die Star da weg. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn ich auf Fränkisch kommentiere. Das macht mir gerade unglaublich viel Spaß, ich weiß auch nicht warum. Hä? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich bin am Bedrock? Ich bin am Bedrock, ich komme hier nicht weiter. Ja, geil. Ich bin schon viel zu tief. Den kann man ja nicht wegdraben. Aber der ist komisch hier. Na, das erzählt es mir jetzt nicht. Jetzt haben wir tatsächlich Redstone gefunden, einen, einen Redstone haben wir gefunden. Das hier ist so eine Art Bedrock Raum, weil das hier so ein bisschen, ein bisschen querschießt. Also ist hier Bedrock, das heißt hier sind wir schon ganz unten. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber wir haben den Redstone gefunden, den wir gebraucht haben. Haben wir jetzt genug Eisen noch? Weiß ich gar nicht. Für den Kompass brauchen wir glaube ich vier Eisen. Das heißt, eins müssen wir uns noch gießen, aber dann passt es wieder. Wieso kommen wir jetzt da nicht auf? Jetzt geht's. Okay. Aber wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare. Wie findet ihr das, wenn ich auf Fränkisch kommentiere? Wenn man den Dialekt nicht gewöhnt ist, kann das natürlich sein, dass das ein bisschen auf die Nerven geht mit der Zeit. Aber das würde mich echt mal interessieren. Ich hätte echt Bock, eine Zeit lang bloß Fränkisch zu machen. Das ist für mich zwar auch anstrengend, weil ich mich dann ein wenig drauf konzentrieren muss. Weil ich sonst ja auch Hochdeutsch redde. Also wenn ich jetzt in der Uni bin, bin ich jetzt nicht so stark am Fränkeln. Außer es kommt halt zum Thema, ne? Wenn es irgendwie gerade passt, dass ich mir sage, so ein Blitzgeschmarrig oder sowas. Aber ansonsten rede ich ja kein Fränkisch im Alltag. Aber in die Let's Plays? Mensch, das wäre ja ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist jetzt kein Schatz, der hätte jetzt Bock drauf. Das überlege ich immer. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass ich da mal ein wenig variiere mit meinem Dialekt, können wir das machen. Erwartet bloß nicht, dass ich mit anderen Dialekten auch anfange, weil das ist ja mein Naturdialekt. Den habe ich ja quasi in die Wiche gelegt gekriegt. Ein bisschen ein Bayerisch kann ich auch noch. Aber das ist bei Weiden nicht so gut, wie mein Fränkisch ist. Nee, Bayerisch kann ich gar nicht. Das ist bei mir total gezwungen. So, ois, gut, oide und sowas. Das kann ich nicht. Das hört sich auch total blöd an in meinen Ohren. Das ist halt das. Das werden vielleicht viele auch mit Fränkisch haben. Dass die denken, oh, ich möchte, was ist denn das für eine blöde Sprache? Natürlich denken sie jetzt nicht auf Fränkisch. Das ist klar. Aber, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Fränkisches Let's Play. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Ich glaube, ich habe das auch schon mal irgendwo gesagt gehabt, dass ich ein Fränkischer Kommentarer bin, glaube ich. Habe ich einmal gesagt. Ich habe einmal für Marcellis Reif kommentiert. Und da habe ich dann gesagt, ich kommentiere Fränkisch. Dann hat sich einer beschwert, dass ich kein Fränkisch rede, weil ich mich dann halt angepasst habe, weil zu viele Leute kein Fränkisch sprechen. So war das damals. In Machu Picchu. Okay. So, jetzt pass auf. Jetzt brauchen wir den Kompass. Wo ist denn der? Allmächt, wo ist denn jetzt der blöde Kompass? Der war da, oder? Richtig. Und für die Karten brauchen wir jetzt noch Papier. Das habe ich mir schon gemacht. Das war aber in der Truhen drin. So. Ich merke schon, wenn ich jetzt Fränkisch rede, komme ich wieder ein wenig mehr rein. Ich code es immer nicht mehr gescheit. Aber jetzt so langsam komme ich wieder rein. Leere Karte. So, die haben wir braucht. Und jetzt tun wir den ganzen anderen Kleideradatsch da reinschmeißen. Dann rede es da und das Gold, das Schießpulte, das komische Zeich da. Das Papier. Brauchen wir alles nicht. Die Erde tun wir mal auf Zeiten da, genauso wie die blöden Star da. Die braucht auch keiner. Dann tun wir jetzt einmal da die Karten her. Dann schauen wir mal drauf. So, wir sind auf Y65. Wir müssen auf Y8. Okay, dann tun wir uns jetzt da ein wenig runterkramen. Dann schauen wir mal zwischendrin, auf welcher Höhe wir sind. Und dann passt das wieder. So, jetzt mache ich aber noch einmal schauen. Das schaut nämlich von unten ganz schön blöd aus. Dass ich da mal noch ein wenig Holz mache. Das habe ich aber abgelegt. Okay, schauen wir noch einmal. Habe ich noch... Nein, da war es nicht. Da war es auch nicht. Ach, ich habe das ganze Holz verarbeitet. Ah, scheiß Dreck. Pass auf, das Messer hat ja eigentlich noch lange. Wenn ich da jetzt ein wenig Holz draus mache und da jetzt dann... Na ja, Slaps kriege ich nicht so viel raus. Sechs Slaps und ein ganzes habe ich dann noch. Alter, mich, das langt nie und nimmer. Warte mal. Ich will es jetzt auf jeden Fall so haben, dass man das nicht mehr so sieht. Genau, und dann hätte ich da gerne außenrum auch noch ein wenig. Ach so, genau. Und dann hätte ich halt da auch noch mal Slaps hier gemacht oder ein ganzes. Dass man das da so ein wenig abdecken kann. Aber das können wir später ja immer noch machen. Da tun wir jetzt dann auch keine Slaps mehr hin oder irgendein Holz. Das ist mir dann auch zu blöd. Auf die Dauer. Bloß da, da brauche ich noch mal eins. Da freue ich ja die noch mal eins. Ich habe ja, eins habe ich noch. Eins habe ich noch. Das tun wir da her. Dann können wir da auch Leitern dran machen. Und dann tun wir da unten. Bloß die Leitern werden gar nicht lange, weil ich habe ja die... Ich komme bloß zwei Tiefkram. Was ist denn das für ein blödes Geschmarr? Ich habe ja die... Äh... Was wollte ich sagen? Ich habe ja die... Die... Wieso kann ich jetzt da keine Leitern hinmachen? Das ist so ein blödes Geschmarr ist ja bitte. Wieso kann ich da keine Leitern hinmachen? Ist das zu eng? Mech, mich lächst am Sack du. Ich muss ja vorsichtig sein, wenn ich den jetzt da setze. Also wenn ich da jetzt runtergrabe und dann komme ich nicht mehr hinauf. Weil da unten drunter Lava ist, dann habe ich verschießen. Ich mache jetzt einmal so einen kleinen Ausstieg, weil wir sowieso hier Licht brauchen. Ich glaube von dem aus mal ganz kurz weiter. Weil ich jetzt nicht vermute, dass wir jetzt in Kürze auf Lava stoßen würden. So, ich bin jetzt ein wenig wieder aus dem Fränkisch raus, aber ihr merkt schon, das kommt schon immer mal wieder durch. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Das kriegen wir schon hin. So. Eieieiei. Ja, das ist immer die Gefahr, dass man dann halt dann schnurstracks in die Lava reinfällt. Da kommen wir die jetzt auch nicht mehr hinauf. Das geht halt einfach nicht. Weil ich da keine Leitern hinmachen kann, obwohl ich da... Das nimmt ja nichts mit... Das ist das Kuhle. Oder was ist das? Na, das ist ein normaler Stein. Jetzt setzen wir dann doch ein wenig zu, das kann ich schon wieder. Kleiner Notausstieg. Fackel. Dann müsste ich aber da... Ja genau, dann geht's. Wenn ich hier nicht in dem Raum stehe. So, wo sind wir denn? 42. Hoppala. Jetzt habe ich es fallen lassen. 39. Okay. Haben wir noch ein wenig was. Aber ich muss jetzt dann in 19 Leitern, muss ich hinauf. Und neues Holz holen. Sonst können wir da nicht weitermachen. Okay. Jetzt brauchen wir eh wieder einen Lichtausstieg. Da können wir uns wieder ein wenig in Sicherheit wiegen. So. Oh. Da habe ich jetzt aber lange Zeit keine Hink gemacht. Okay. Jetzt sind wir auf 31. Aber wir nähern uns. Da kommen wir jetzt echt nicht dran. Das gibt es doch nicht. Jetzt sind wir auf 28. Sechs haben wir noch. Also noch zwei. Okay. Und dann machen wir hier nochmal einen Ausstieg, weil jetzt die Leitern ausgegangen sind, dass wir da hinkommen. Jetzt müssen wir uns erstmal Leitern machen gehen. Ich habe mal so 20 Leitern einfach mal so für die Sicherheit und dann müssten wir auf unsere Höhe kommen, die wir wollten. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.